Es ist Geduld nicht gerade eine Kategorie, die in der Politik ein Massenphänomen wäre, aber die Hoffnungen waren groß und immer weniger bringen diese Geduld auf, noch daran zu glauben. Der Untersuchungsausschuss im Parlament, ein wichtiges, mächtiges Instrument, wurde neu geregelt. Es gibt neue Verfahrensregeln, allen voran wurde uns versprochen, jetzt aber wirklich, dass alles offen, transparent werden soll in diesen Ausschüssen. Gerade hat ein ganz wichtiger die Arbeit aufgenommen, nicht weniger als der größte Finanzskandal der Zweiten Republik, das Hypo-Desaster, gilt es aufzuarbeiten. Doch kaum hat der Ausschuss begonnen, wird der Regierung Vertuschungsabsicht vorgeworfen. Mariela Kogler berichtet. Diese Dame heißt Sabine Kandut-Christen, war Staatskommissärin bei der Hypo und erste Zeugin des Ausschusses. So viel, so durchsichtig. Etliche andere Auskunftspersonen sollen der Öffentlichkeit aber verborgen bleiben. Journalistinnen und Journalisten erhalten im Vorfeld keine Zeugenlisten mehr. Teilweise sollen die Namen überhaupt geheim bleiben. Absurd nennt das die Opposition. Ich glaube auch nicht, dass man einen Abgeordneten dazu verpflichten kann, dass jemand nur mit Frau H oder Frau N anspricht. Und vor allem die ganze Aufklärungspraxis lässt sich dann schwer fortführen, wenn man jemanden mit einer Aussage konfrontiert und nur den Punkt, sozusagen N-Punkt nennen kann. Hat aber das gesagt. Also ich hoffe, dass wir in dieser Frage möglichst rasch im Sinne der Transparenz zu einer Lösung kommen. Bei manchen Zeugen brauche es aber den Identitätsschutz, zum Beispiel bei Untersuchungsbeamten. Also es kann Fälle geben, wo ich es im Interesse des Schutzes der Persönlichkeitsrechte dieser Auskunftsperson für gerechtfertigt halte. Zur Erinnerung, schon vergangene Woche startete der Ausschuss mit außerplanmäßigen Diskussionen über angeblich zu viele geheime Akten und die Nennung von Zeugen. Auch hier wurde die Öffentlichkeit von der Diskussion ausgeschlossen. Die Regierung erklärt sich das mit Missverständnissen und üblichen Anfangsschwierigkeiten. Wenn Sie nachblättern in den Archiven, noch jeder Start eines Untersuchungsausschusses hat am Anfang ein bisschen geholpert und sich dann sehr schnell eingespielt. Morgen gibt es die nächste Chance auf Ausräumung der Missverständnisse. Da findet die zweite Sitzung statt. Geladen werden kann übrigens nur eine Zeugin. Für weitere fehlen noch Akten.